... man erfolgreiche Polizeiarbeit. Zugmord bis ins Detail geklärt. Nur der Mörder fehlt noch. Immer mehr Baustellen behindern den Verkehr, auch zu Wasser. Bootsfahrer bitte Umleitung für Radfahrer benutzen. Jeder dritte Mensch ist ein Chinese. Das wussten wir. Was wir noch nicht wussten, jeder zweite Deutsche isst kein Ring. Oder andersrum gesagt, jeder zweite Deutsche isst ein Rind. Deshalb sucht das Arbeitsamt Halle dringend den Leiter einer Rinderherde. Die Telekom hat eine neue Einnahmequelle Telefonzellen, in denen man nicht nur telefonieren kann. Toiletten. Bei der Blutspendeaktion in Föhringen darf nicht jeder mitmachen. Als Blutspender ist jeder gesunde Mensch zwischen 18 und 65 Jahren, der noch nie an Malaria oder Geldsucht erkrankt ist, geeignet. Hoffentlich haben Sie dieses Jahr weniger Stress. Zwei Brandeinsätze. 1995 war für die Feuerwehr arbeitsfrei. Das sind Hinweise, wie man Sie als Autofahrer liebt. Brückerhof, Sie hätten 70 Meter vorher rechts abfahren müssen. Für alle, die allein zu Hause sitzen und keinen haben, mit dem Sie reden können. Ansprechbare Anbauwand. Und hier noch ein Beispiel für einen Steuerzahler, der die richtige Einstellung zum Finanzamt hat. Ich habe mich kürzlich hier als Schädlingsbekämpfer niedergelassen und würde gerne einmal bei Ihnen vorbeikommen. Wenn Sie lässt, dann können Sie richtig kreativ sein, unsere Staatsdiener. Neues Arbeitsverfahren im Finanzamt Euskirchen. Finanzamt bleibt drei Tage geschlossen. Für die Freunde des gepflegten Damenbarts. Wer will Kranführerin Ina 35 kennenlernen? Da macht es sich aber jemand ziemlich leicht. Die im Mordprozess gegen Millionär Hans Hansen immer noch fehlende Leiche des angeblich umgebrachten Köl-Millionärs Otto Erich Simon soll sich spätestens bis 30. April beim Amtsgericht melden. Das moderne Recycling wird immer raffinierter. Durch den Einbaut der WC-Anlage sind ab sofort alle Getränke wieder erhältlich. Außerirdische. Es gibt sie wirklich. Und einer war schon da. Willi Lüttke. Nie geboren, nie gestorben. Er besuchte nur diese Erde. Es gibt Wahrheiten, die sind unbestritten. Eine saubere Stadt ist schöner. Diese Diät funktioniert todsicher. Abnehmen leicht gemacht. Mit unserer neuen Methode. Wir nähen die Speiseröhre einfach zu. Zu diesem Umweg hätte es nicht kommen müssen. Berlins Polizisten fehlen schusssicher Westen. Berlin. Polizist erschießt sich auf der Waffe. Der Duft der Frauen provoziert. Ein richtiger Mann muss nach Scheiß und nicht nach Parfum riechen. Und das kommt dabei heraus, wenn Lehrer ihren Schülern zu früh Fremdwörter beibringen. Die Mohamedaner dürfen viele Frauen haben, die Christen nur eine. Das nennt man Monotonie. Nein. Okay. Und da ist wie Herr der Frau. Eine wichtige Fremdwörter. Aber Leute, am Schatz, du hast echt geflogen?